Viel Glück! Wir nehmen es mit euch auf! Wir nehmen es mit euch auf! Wir nehmen es mit euch auf! Mit euch auf! Wir fördern euch heraus! Wir fördern euch heraus! Wir fördern euch heraus! Euch heraus! Gewinnen lassen wir euch nicht, macht den Weg uns frei. Siegen wollen wir und es bleibt dabei. Die Stärke ist unsere Einigkeit. Ihr seid nur Gast und das Ziel ist weit. Gehen wir zu Spiel, auch oft verloren. Niemals geben wir auf, wir schauen immer nach vorn. Habt ihr etwa Angst, etwas zu riskieren? Jede Wette aufs Sieg würdet ihr leider verlieren. Wir sind mutig und stark, na 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 na. Vorwärts, Wondercons! Wir sind mutig und stark, na 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 na. Vorwärts, Wondercons! Als Verlierer nehmt ihr euch ja ganz schön viel heraus. Haltet lieber die Luft, anwürft ihr euch aus. Denn die Crystal Prep High ist von niemandem zu stoppen. Unsere Qualifikation kann leider keiner toppen. Wir spielen gern Katz und Maus, doch das Spiel ist aus. Denn ihr seid so wachlich wie ein Kartenhaus. Weg raus! Ein Kartenhaus! Weg raus! Es ist aus! Wir sind mutig und stark, na 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 na. Vorwärts, Shadow Bulls! Wir sind mutig und stark, na 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 na. Vorwärts, Shadow Bulls! Ihr verliert Gründe, gibt es reichlich. Wir gewinnen, das ist unausweichlich. Stellt euch lieber ein auf eure erste Niederlage. Ihr verliert wie in den letzten Jahren. Gebt es auf, das könnt ihr euch ersparen. Stellt euch darauf ein, denn ein Sieg kommt nicht in Frage. Dieses Mal siegen wir, denn wir glauben daran. Siegt es ein, lasst es sein und fangt gar nicht erst an. Unsere Einigkeit wird uns die Kräfte verleihen. Und wir geben nicht auf. Wenn das alles doch bloß schon vorbei wär. Was wichtig ist, das lässt man aus. Was hat sie vor bei diesem Wettkampf? Bald finde ich es heraus. Wird sie schaffen, wird gelingen, wer wird diesen Sieg erringen? Wird sie schaffen, wird gelingen, was wird dieser Sieg erbringen? Wer wird Sieger, wer ist nicht perfekt? Wie ist die Antwort? Unkorrekt!